Mario Traktor. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Es, oh großer Gott. Okay, es ist Mario auf dem Traktor. Warum, wir haben Münzen, okay, warum nicht? Kann man mal machen. Scheint ein gutes Konzept zu sein. Wir sind in der Mario World, Mario World unterwegs und ich... Yes! Level 1 von 10. Run, Mario. Run. Okay, fangen wir an. Oh Junge. Oh Junge. Oh Junge. Da war ein Fernseher Mario, pass auf. Immer schön laufen, immer schön hüpfen. Merkt ihr das, mein Guter? Dann kann absolut nichts schief gehen. Hüpf, hüpf. Bullshit! Oh, ich habe einen Lebensbalken, cool. Ich meine natürlich Ausdauer. Was ist das für ein Hintergrund? Was ist das für ein Hintergrund? Ich glaube nicht, dass das ein Mushroom Kingdom ist. Nein, das ist Bosa! Lauf, Mario! Puss! Konnichiwa, meine Freunde. Konnichiwa, wir spielen Mario Kart. Mario. In der Tat, du bist Mario. Ach du Kacke! Was ist das mit diesen Hintergründen? Warum sind da Kühe? Ah! Paper Mario World. Halb Papier, halb Mario World. Oh Gott, Mario Sonic. Oh Gott, was war das für ein Logo? Klick irgendwo, das bekomme ich hin. Pssss. Neu! Goomba Hills. Ey, ich muss aus dem Fall... Okay. Ne, Mario! Ich wurde vom bösen King Bowser gekidnappt. Bitte rette mich. Ich brauche deine Hilfe. Hilfe. Peach. Okay. Ich hemmere mir meinen Weg zur Rettung der süßen Prinzessin. Okay, Mario. Reiß dich zusammen. Wir müssen die Münzlieferung nach Prinzessin Daisy bringen, denn Prinzessin Daisy hat da ganz schöne Probleme mit Prinzessin Peach, aber ich muss dir davon ja nicht erzählen, du weißt Bescheid. Ich hab Level 2 geschafft. Oh Junge, das scheint mir ziemlich herausfordernd zu sein. Run, Mario, run, 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 Mario, run, 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 Mario, run, 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 aus welchem Spiel kommt diese Musik? Ich weiß es nicht. Mami, ein bisschen verrückt, aus welchem Spiel kommt die Musik? Fuck. Aus welchem Spiel kommt die Musik? Warum spiele ich das? Oh Gott. Mario. Ich hab das Gefühl, Bowser ist uns auf der Spur. Lauf. Lauf, Mario. Warum bin ich der Geisterfahrer, Mario? Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Aber wenigstens ist das ein eigener Remix. Und ich werde das Spiel gewinnen. Ich bin der Mario Kart Meister. Yes. Oh, Level up. Oh Gott. Was bringt mir ein Level up? Was bringt das mir? Das ist nicht Super Mario RPG oder Paper Mario. Ich werde nicht schlauer daraus. Ich hab irgendwas eingesammelt. Shit. Da wollte ich Luigi einsammeln, aber wie es aussieht, möchte Mario lieber ein Einzelkind bleiben. Wer kann es ihm verübeln? Einen Bruder wie Luigi will niemand haben. Ich meine, habt ihr Luigi mal gesehen? Das ist schrecklich. Töte den Gegner mit Hammer oder Sprung. Bitch, du wirst bedient. Yes. Ah. Okay, ich kann die Gummis wegkicken. Finde ich gut. Möchte ich mal anmerken. Dieses Spiel ist sehr viel anspruchsvoller als Mario Paper World. Was ist das für ein Logo? Fahr zurück, Mario. Mario. Nein. Nein. Okay. Ich seh schon. Boost. Yay. Yay. Ich booste alles weg. Dann kann ich ihn boosten. Ist das der Sinn des Spiels, dass man da durchboostert? Was passiert, wenn ich die Hindernisse treffe? Macht das irgendwas oder... Oh Gott, mein Stamina-Teil ist weg. Okay, Mario müsste zusammenreißen. Wenn jetzt Bowser kommt, dann shit, dann haben wir ein Problem, Alter. Wir stecken da beide drin. Fuck. Level up. Yes. Ja, Frau Bescheid, habe ich recht. Ja, habe ich. Die Frauen können nicht Auto fahren. Müssen fahren. Nein, Mario. Nein, seid nicht so traurig. Wer macht das nochmal? Okay. Ist ziemlich... Der ist ziemlich... Ah! Was? Nö. Wo kommt die Kugel her? Okay. Ich glaube, ich will zu dem Maschmasch rüber. Okay. Ich glaube, ich will zu dem Maschmasch rüber. Maschmasch. Okay. Gut. Das hat gut geklappt. Okay. Wo kann ich ihn da oben durch? Wo sind wir, kleiner Mann? Ups. Bullshit. Ich kann da oben gar nicht stehen bleiben. Okay, Mario. Fahr nicht zurück. Wir fahren einfach geradeaus. Okay. Ganz langsam und geschmeidig. Nicht, dass wieder ein Unlück geschieht. Das will ja niemand. Ernsthaft. Ich... Ich hab da keinen Bock drauf. Ich möchte mal anmerken. Dieses Spiel besteht übrigens daraus, dass ich einfach die Pfeiltaste nach oben gedrückt lasse und jedes Level schaffe. Wenn man allerdings nach unten drückt, dann fällt man runter. Und das will man nicht. Nein, wir wollen nicht runterfallen. Nein! Los, Mario! Häng dich da rein! Okay. Es sind mindestens 20 Pests unter der Haube. Wie viel Pests hat ein Traktor? Ich hab keine Ahnung. Okay. Wie viel Meter werden wir schaffen? Eins muss dem Spiel ja zugutehalten. Es würdigt das metrische System, so wie wir alle es tun. Das sind keine Feet, das sind keine Meilen, das sind Meter. Und Meter sind gut. Und sie wirklich. Das andere ist irgendwie dumm. Das ist wirklich. Ach, was ist das eigentlich für... Oh Gott, das ist Bowser! Wie sieht Bowser an? Okay. In der Tat, du bist Mario! Und zwar ein ganz besonderer Mario. Ganz sachte, meine Freundin. Ganz sachte. Was ist das eigentlich für ein komischer Balken da unten? Ach, was hat es damit auf sich? Kann ich nur so weit fahren, bis der Balken leer ist? Da war ein Stern. Den hätte ich gern mitgenommen. Weil ich glaube, auch in dieser Fake-Mario-Welt bringt der Stern absolut gar nichts aus, um einen Score zu überhöhlen. Oh Junge, ein Score! Es gibt ja nichts Interessanteres als ein Score. Hm, Score. Ah! 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 Nein! Der böse Ball hat mich wieder fast komplett umgebracht. Verdammter böser Ball! Was soll das überhaupt mit diesen bösen Kugeln hier? Warum sind die alle da? Was wollen die von mir? Okay, wir müssen jetzt sneaky sein. Yeah. Okay. Ah, shit! Nicht sneaky genug, Mario. Nicht sneaky genug. Ich kann da gar nicht durch, ohne Schaden zu nehmen. Okay, ich glaube, dieses Mal wird das sehr viel anspruchsvoller. Wir müssen fünf Münster ins Ziel bringen. Ich habe das Gefühl, wir werden maximal eine verlieren. Ah! Okay. Es scheint ein starker Frontantrieb zu sein. Wundervoll! Das habe ich mir erst vorgestellt. Und ich liebe auch die Musik, die sich immer wieder wiederholt. Kann man nicht oft genug hören. Oh, shit! Wir verlieren Münzen. Nein! Bosa.png! Bitte erwisch mich nicht! Das würde mich so traurig machen. Oh, nein! Nicht bosa.png! Was passiert? Hahaha! Was passiert weiter? Hahaha! Okay! Hahaha! Nicht mal der Pilzbritenturbo! Was ist das überhaupt hier? Level up! Wuh! Aus dem Weg, Koopa, Peach, Koopa, Peach, Yoshi! Shit! Shit! Luigi! Nein! 3000 Punkte! Okay! Beep, beep! Spring nicht auf den Spiny da unten! Benutzt deinen Hammer zur richtigen Zeit und niemand wird verletzt! Okay! Yeah! Ich weiß, wie ich den Hammer zur richtigen Zeit verwende! Uuuuuh! Ich habe einen blauen Panzer! Beep, beep! Schattenkumbas können durch Wände laufen! Okay, und da ist irgendwo ein Bullet Bill verging Schattenkumba! Ich breite dich im Auge! Ganz geschmeidig! Ganz langsam, sachte und geschmeidig, Mario! Dann schaffen wir das auch! Siehst du? Jetzt ganz langsam! Ganz, ganz langsam! Langsam, langsam! Nein! Nicht die wertvollen Münzen! Wir sind doch so köstlich! Yeah! Ich möchte mal anmerken, dass das ein Endless Runner ist! Und damit meine ich, dass das Einzige, was hier Endless ist, ist der Spaß, den man dabei hat, wenn man es spielt! Der Spaß wird niemals ein Ende finden in diesem Mario-Spiel! Betrachtet nur mal all die prächtigen Bauernhäuser! Ah! Im Hintergrund! Ja, Mario! Du bist der Einzig-Ware! Das heißt, du bist nicht wirklich Mario, du hast so einen Stern auf der Mütze und kein M! Das sagt das über dich aus! Entweder bist du der gefakte Mario oder du bist der Stario! Weil du einen Stern auf der Mütze hast! Je, je, ich denke, er kennt ein gewisses Muster! Das hoffe ich! Das wirklich! Falls ihr es erkannt habt, dann könnt ihr es mir bitte erklären! Ah! Das Niederless Treibstoff! Treibstoff! Shit! Okay! Level 6 von 10! Wir machen gute Fortschritte, Leute! Ich bin ein bisschen stolz auf mich! Okay, Mario, reiß dich zusammen! Wir dürfen die Münzenlieferung nicht verlieren! Du weißt, was beim letzten Mal passiert ist, als wir die Münzen verloren haben! Dein Bruder Luigi ist seitdem nicht mehr derselbe! Es ist noch seltsamer! Fucking Luigi! Okay, fünf Münzen müssen wir ans Ziel bringen! Nicht die Münzkartoffeln verlieren! Dankeschön! Was sehen die Münzen eigentlich auf Kartoffeln? Würde mich nicht wundern! Oh, hallo, New Super Mario Bros! Du siehst aus, als ob du in das Spiel gehören würdest! Wie allgemein alle Grafiken! Die sehen nach Paper Mario aus! Komme ich jetzt ein Level ab irgendwann? Shit! Hi Peach! Das ist Baby Peach! Nimm die Finger von dir, Mario! Die ist zu jung für dich! Aber in drei Jahren! Dann reden wir weiter! Tut mir wirklich! Bis dahin werde ich dich garantiert nicht mehr anschauen können, du widerlicher Haufen Scheiße! Ja, Mario, du machst das! Bist ein guter Typ! Rette die Welt vor! Was machst du da eigentlich gerade? Level Nummer 7! Ach, das ist eine Zahl da unten! Okay! Nicht sterben! Oh Gott! Okay! Alles gut! Traktor Mario! Ist ein gutes Konzept, wenn ihr mich fragt! Ah! Nein! Nicht die Münzen! Äh! Yay! Was passiert jetzt mit Mario? Glaubt ihr, er stirbt? Ich glaube, er stirbt! Er... Stirbst du? Mario? Ja? Ja! Roll nach hinten! Ich glaube, das passiert nichts! Oh Gott! Feuer! Nö! Keine Form! Fuck! Okay! Ich schaffe das, Mario! Ah! Gehen wir auf den Switch! Yeah! Wer ist jetzt eine Bombe? Du! So wie immer! Nein! Okay! Ich habe das Gefühl, jetzt bin ich bei einem ganz großen Rekord dran, Leute! Ich glaube, mich kann niemand mehr aufhalten! Yeah! Level 8! Die Musik im endlosen Loop! Was könnte es Schöneres geben? Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen! Stimmt's, Mario! Na! Vorsicht! Vorsichtig mit der Ladung, Alter! Du willst dich nicht verscherzen mit King Bowser! Denk dran! Der ist böse und der King! Von allen Bosers! Oh shit! Nein! Ich habe doch fünf bei mir, oder? Bitte! Okay, ich werde sterben! Ich werde... Nein! Ich will nicht sterben! Lass mich bitte nicht sterben! Ich bin doch schon in Welt 2! Grün! Watch out! Plus ein Speed Up! Ich verstehe schon! Ich verstehe voll und ganz! Du fährst auf der falschen Straßenseite! Bist du wieder betrunken, Mario? Ist es das? Ja? Bist du der betrunkene Mario? Mhm! Riecht das so richtig? Okay! Stern! Stern bringt nichts! Nur der Lina in der Kanister bringt was! Der bringt feinsten Traubentreibstoff! Mh! Traubentreibstoff! Traubentreibstoff! Ja! Mario World Musik! Mario World ist ein Spiel! Wirklich! Du lest es nach! Ich erzähle hier keinen Schwachsinn! Bullshit! Es geht nicht! Es geht nicht! Ist mir nicht möglich! Dumm! 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 Bullshit! Well done! Sie Goomba Hills! Yay! Stirb! Ja! Für ihn, Goomba! Kann ich im Spiel wenigstum mal sowas wie Level abbekommen? Bam! Double Kill! Yeah! Wie erwische ich die da oben? Naja, wie auch immer. Lassen wir das! Töten wir lieber ein paar Goombas? Ganz langsam. Ganz, ganz langsam, Mario. Ganz langsam. Wir dürfen die Münze nicht verlieren. Niemals. Die Münze ist wichtig. Ganz, ganz langsam. Okay, das war gut. Jetzt bleiben wir ganz, ganz langsam. So und so aufzustellen. Dann versuchen wir ganz langsam da runter zu fahren, okay? Okay, gut. Shit, wie mache ich das am besten? Ganz langsam. Okay, sieht gut aus. Sieht gut aus. Okay, wir haben es fast geschafft, Leute. Shit, nein. Nein, okay. Okay. Los, Mario. Nein! Ja, ich habe noch genug Münzen. Yes! Was? Sechs Münzen! Okay, Konzentration. Schafft mir das. Ich glaube, ich entwickle langsam mal den Trümmelblick. Alles gut, damit kann ich mich aufs Wesentliche konzentrieren. Und die Kühe, die rechts und links stehen und sich nicht bewegen, ausblenden. Oh Gott, ich stehe jetzt gerade die Kühe an. Was ist denn los mit richtigem Kühe? Was macht ihr da? Geht runter von der Straße! Was macht ihr da? Weg! Fuck! Nein, die Kugel! Okay, ich glaube, das ist es, Leute. Ich glaube, wir haben es jetzt. Schon. Komm schon. Komm schon, Mario. Yes! Okay, nächstes Level. Level 9. Wir nennen uns die Finale, Leute. Warum wurde das Spiel auf einmal anspruchsvoll? Das finde ich nicht cool. Ich mag es nicht, wenn ich mich mit dem Spiel auf einmal auseinandersetzen muss. Ah, nicht runterfallen. Wir schaffen das, Mario. Oh Gott. Lass nicht die Münzkartoffeln fallen. Okay, wir müssen sechs Stück ans Ziel bringen. Das klingt nicht nur dumm, das ist auch dumm. Aber! Ich bin ein Mario-Gott. Nimm dich in Acht, sonst taucht wieder Bowser.png auf. Mit dem wollen wir uns das nicht anlegen. Der will nur deine Freundin Peach.jpg von DeviantArt. Sexy Peach.jpg von DeviantArt entführen. Und das gefällt mir nicht. Finde ich gut. Nimm ich meine Prinzessin. Die habe ich selber gemalt. Ich meine... Das sind meine Prinzessin. Das war unfair. Lauf, Mario. Die Kinder jubeln ja zu. Ach, und dieses komische grüne Etwas ist mein Ausdauerbalken. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Den sollten wir nicht ganz leer werden lassen. Vielleicht passiert das. Ich habe es gesagt. Mir sollte es nicht dazu kommen lassen. Aber wenn es passiert, dann kann ich es nicht verhindern. Es ist passiert. Und die zählen mich selber. Verlinne ich die Münzen hier direkt am Anfang. Nein. Was habe ich gerade gesagt? Ja. Ich stürze den Tod, Mario. Mama Mia. No. Und tot. Mario. Hör bitte auf runterzufallen. Okay. Ja. Es gibt einen Safe Spot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe es verkackt. Hey, immer schön in dem Safe Spot. Chill, Mario. Und dann dürfen wir rüber und... Kommt trotzdem Schaden. Bip, bip. Da ist ein... Komm her. Fuck. 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 Nummer 10, Leute. Das Finale. Darauf haben wir gewartet. Bullshit. Was ist das hier? Ja. Nein. Meine Münzen. Nein. Okay. Das hat nicht so gut geklappt. Machen wir uns nichts vor. Das war nicht gerade gut. Okay. Was haben wir hier? Ach du Kacke. Ja. Ja. Nein. Das sind noch vier. Okay. Wir haben 320 Meter, Leute. Ich wäre ziemlich stolz auf mich, wenn ich einen Kilometer hinter mich bringen könnte. Das wäre super. Aber ernsthaft? Wer war der Meinung, dass dieser Hintergrund passend ist? Und insgesamt, dass hier überhaupt irgendwas passend ist. Ich glaube, das ist einfach irgendein komisches Spiel, in das Mario reingeklatscht wurde. Und Bowser. Ja. Ah, wer hat. Lauf, Mario. Lauf! Bullshit! So, kann ich hier... Okay. Ah. Wir dürfen niemanden ran, Mario. Richtig. Ah. Okay. Passiert hier auch noch irgendwas, oder... Habe ich hier jetzt nach den ersten... Ah. Bitch! Ich werde meine Rache üben. Ein anderes Mal. Nicht heute. Okay. Versuchen wir den blauen Panzer. Okay. Okay. Was? Ich glaube, der funktioniert nicht. Nein! Ich werde sterben. Ich werde sowas von sterben. Schon wieder. Ich will nicht sterben. Okay. Fokus, Mario. Noch ein Treffer und du bist tot, okay? Reiß dich zusammen, Mann. Fuck! Okay. Konzentration. Konzentration. Konzentration! Yeah! Fokus. Fokussiere ich auf das Spiel. Werde eins mit dem Traktor. Dann schaffst du das. Ich bin eins mit dem Traktor. Yeah! Brumm, brumm. Okay. Letzten paar Münzen. Nicht alle verlieren, Mario. Du Dummkopf! Ich... Ich hab's geschafft. Cool! Yeah! Ihr dürft mich gerne den Mario Traktor meistern. Das bin ich aber ganz ohne Zweifel. Oh Gott, war das mies. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft,えっ?